Hallo und herzlich willkommen bei Metro Gamble. Ich spiele heute mal wieder Mech Arena und was spiele ich eigentlich? Ich spiele schnelles Match. Viel Spaß! So, die erste Runde geht los. Mech Arena, schnelles Match. Ich werde mit Mainz. We're losing the leader. Beacon captured. Inputting fire. Inputting fire. Ja, ha, ha, ha. Da ist eine Afka. Ja, ha, ha. Ja, ha, ha, ha. Jawoll. Der hat gesessen. Spannungsgeräusche Jetzt bin ich down. Ach Mensch, was machen denn meine Leute hier? Das kann doch nicht wahr sein. Oh, schnell hoch. Ja, das war eine haushohe Niederlage. Juhu. Der muss immer MVP sein, deswegen schließe ich mir den zuerst, weil ich dafür noch die eigene Quest habe. Und die probiere ich fertig zu machen, die Quest. Und dann habe ich die Chance, auf einem Mech zu gewinnen. Muss ja noch zwölfmal im VP werden. Mit dem Mech. Meine Güte, zwölfmal noch. So, heftig. Ja, ich war der Beste aus meinem Team, hat auch nichts gebracht. Gut, dann bis gleich. Und die nächste Runde geht los. Also ich spiele mal wieder mit dem gleichen Mech. Ist normalerweise scheiße. Weil so kann ich die vorne weniger unterstützen, meine Mech-Freunde. Und da. Okay. Jawohl, nice! Jetzt aber BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ! Jetzt aber BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ! Und der nächste weg! Na pass! Das läuft doch! der ist jetzt so durch das sieht ja jetzt mal richtig gut aus damals leer geschossen ja ich denke nicht ich denke nicht ich denke nicht ich denke nicht ich glaube das war ein bisschen zu früh das war 10 genau so soll es sein nochmal mvp dann habe ich was vielleicht in roboter vielleicht vielleicht so dann geht es mal vor dritten runde erst mal schauen wir mal die dritte runde und damit die letzte für dieses video erst mal hier ein ding ins mit ne arschloch du warst zu schnell das gold fisch das auch schon weg ach mensch und kommt da was an also wieder nicht beacons Let's go. Ich glaube, ich habe noch nicht... Habe ich überhaupt schon mal was getroffen hier? Ich feuere die ganze Zeit ab, aber irgendwie das Gefühl, dass ich nichts treffe. 2, 1, den treffe ich jetzt so. Jawohl. Ich bin auch ein... Ach, Benno. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin einfach so langsam. Warum hat die Spinne kein Turbo? Geht doch schon mehr Beine. Jawohl. Okay. Schon wieder nichts getroffen. Ach. Jetzt aber. Und? Jawohl. Den Zweiten getroffen. Dahinten läuft einer lang. Ja, bleib da. Okay, halbes Leben weg. Nice. Niederlage. Mist. Aber ich bin der MVP wieder. Nice. Genauso habe ich es gewollt. Es ist eigentlich immer nur mein Ziel zur Zeit, MVP mit der Spinne zu werden. Ob ich die Runde gewinne, ist mir egal. Hauptsache ich werde MVP. Ich kriege meine Quest fertig und dafür muss ich mit denen hinten stehen bleiben. Dafür kann man sie natürlich aussuchen, welche, aber am besten, egal welche Waffe du hast, nein, egal welche Waffe du hast, am besten ist, du nimmst die Fernkampfwaffe und stellst dich auch vor hinten hin und probierst dich da immer zu retten. Und das habe ich jetzt ja auch gemacht und wieder hier zack, 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 vier Queste für dich. Dritter Platz, minus 30 Punkt. Das ist der Nachteil. Ich mache Minuspunkte, wenn ich verliere. Wenn ich volle nicht mitmische, dann passiert sowas immer schnell. Gut, dann sage ich mal, danke schön fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao.